Wusstet ihr, dass in Alu-Getränkedosen angeblich eine Plastiktüte drin ist? Zumindest gibt es sehr viele YouTube-Videos, die das zeigen. Also wollte ich das selber mal ausprobieren und war am Ende sehr überrascht. Dafür habe ich dann erstmal mit etwas Schmöbelpapier die Farbe von der Dose entfernt und dann habe ich die Dose in Wasser gestellt und etwas Salzsäure hinzugegeben. Die Salzsäure greift das Aluminium an. Dabei wird außerdem Wasserstoff freigesetzt. Das sind hier die kleinen Bläschen. Cola zum Beispiel enthält Phosphorsäure. Und auch Zitronensäure oder Kohlensäure sind in Getränken oft vertreten. Und damit die Säuren und das Aluminium nicht von innen angreifen, sind solche Tüten ganz sinnvoll. So, und wie sah das jetzt bei mir aus? Yo, was ist denn hier passiert? Da ist ja nichts drin. Nicht alle Dosen haben so eine Plastiktüte drin. Manche sind auch innen einfach beschichtet und ich hatte genau Glück, so eine zu erwischen.